herzlich willkommen zurück zu let's play craft the world wo wir heute ein bisschen weiter abbauen nein ich habe ein bisschen weiter abgebaut auf jeden fall hey war es aber nee wir wollen ein bisschen weiter ab auf jeden fall das steht schon mal fest und vielleicht schon ein bisschen was die hände zu bauen weiß ich nicht aus dem heute dringend die großen rucksäcke dran auf die freut mich schon so heftig ich habe schon darauf gewartet dass wir die ja nicht machen können wir können bretter bauen ja auf die dinge habe ich schon so lange gewartet damit sie nicht mal ein bisschen mehr transportieren können damit wir nicht mehr so lange brauchen wir sie alles weg haben ein jahr ein jahrsbuch fett noch genug jäger ein magier aber auch schon den kann doch dann hier so ein zauberstab geben so zack feld so jäger haben wir jetzt auch schon mal hier noch hier das ist cool das ist geil sehr geil da wird sogar schon magier hier rumlaufen wir haben talentierte zwerge unglaublich hier braucht man gar keinen baum wachsen kann immer gleich knicken so schön alles ja ab weg ab weg genau ab weg so dann können die leitern schon mal dahin die leitern hier weg das ist doch voll dämlich was da für den dreck machst also jetzt mal ohne witz aber na gut sage ich nix zu seid ihr seid meine zwerge und gehst denn da rum so große rucksäcke wo seid ihr vielleicht bauen aus brettern und seide zwei stück kriegt man aus einem ding und hier zum beispiel können wir bauen verdammt so ich will wieder alles mitnehmen hier das hier oben muss erstmal weg da ja das hier oben muss weg so Das ist genau schön weg damit Aber das da oben kannst du auch jetzt gerne mehr weg man 2 EP gibt es aber endlich so noch einer Mensch 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 hier wachsen Bäume das ist unglaublich die muss ich wohl mal eben hier überall Leitern hinbauen damit die auch da oben rankommen sonst mehr gerne so rum wir kommen doch nicht ran wir kommen nicht weiter wie man sie ja erkennt so hier haben wir noch ein bisschen Holz das ist geil aber schon krass also dass der Berg einfach mal weg ist ist auch mal was Neues aber ich glaube dass wir mit dem Sand kriegen wir gar nicht hin weil das ist kein Sand nicht alles zumindest ich glaube das hier ist kein Sand oder doch Sand Sand nicht Sand weiß ich gar nicht wollen wir dann noch ein bisschen hier ist noch ein bisschen Sand da kommen wir auch nicht so gut ran wegen dem Häuschen und so hier ist auch noch ein bisschen was also sehr viel Sand Sand gibt es leider nicht ich weiß ja wie lange das hier noch gehen wird also was man hier genau machen wird noch ein Buch ein Holzfäller Buch haben wir Holzfäller Bergmann Schönen dann machen wir uns mal ein hier Tag wird ja auch noch Holzfäller hier multi beruflich hier so und der da Schnell weg mit dem ganzen Dreck Das ist auf jeden Fall Sand, das weiß ich, aber was ist das denn hier? Hm, gute Frage, nächste Frage Das könnte auch Sand sein, dann haben wir eine ganze Menge Aber ich weiß es nicht genau Und hoch, wunderbar Du auch Ach, hier haben die Penalty ja unsere Tür geklaut schon wieder Das Tür war es gegen unsere Türen, haben wir So, das reicht auch erstmal vollkommen aus an Größe Obwohl, da brauche ich dann auch hier einen drauf nachher Da haben wir die Höhe erreicht schon mal So, und dann Zack Ja, ihr habt doch alle gar keine Chance mehr gegen uns Gegen meine Masse an Superzwergen So Entschuldigung So Sonst nicht schlafen, sonst arbeiten Wir wollen doch hier noch ein bisschen was schaffen, Leute Nicht schlafen gehen Das war nicht mein Plan So Genau Schön macht ihr das alle Schön, leider wieder weg Also wie ihr die hier auch mitnehmen könnt Ähm, und vor allem auch die mittlerweile Hier können wir eine neue hinbauen Hier auch So, noch drei neue haben wir Mehr brauchen wir auch nicht Wunderbar Geht auch schnell, wenn alle mitmachen Genau So Der nimmt eine Leiter und geht dann jetzt da hin Die Leiter kann auch weg So Und dann hier einmal alles komplett Abbauen Die Luke kommt manchmal im Zug Damit da nichts runterfallen kann So Boah, die sind so schnell Hier bauen Die Bauernstelle ab, hat sich Hört sich, als ich bauen kann So Dann nehmen wir das alles mit Dann haben wir schon so ein Büschel was Wieder gesammelt auf jeden Fall Die sich ja alle am abbauen sind Ey, das ist Das sieht, finde ich Das, ich finde das sieht voll krass aus Irgendwie Macht mir richtig Spaß So Muss ich mal gerade echt sagen Das macht mir richtig Spaß Alle fleißig am Sammeln Ich kann jetzt auch große Rucksäcke Ah, große Rucksäcke Zack Und Er kriegt auch einen großen Yeah Können wir auch neue brauchen Jetzt mittlerweile, glaube ich Ja, wir haben Bretter So Seile Haben wir fünf Merke ich mir die Zahl Die muss auch noch einmal alles weg hier Die Das Einmal alles schnell abbauen Hausende wurden nicht Wurden zerbrochen Was? Achso, ja Das ist nicht so wild Warum jetzt hier Oh, Steinball Da ist doch was Ist doch nichts mehr was Da machen wir Da stellen wir euch Da gleich wieder was hin Aber erst mal Brauche ich eben Die Reihe zu Ende Nee, nicht da runtergraben Hallo Was machst du denn? Idiot, ne? Boah, das sieht ja fett aus So, ihr habt nichts mehr zu machen Ihr habt wirklich nichts mehr zu essen Oh, oh, oh Tun wir mal hier Äpfel Zannenzapfen Fleisch Salat Und dann könnt ihr Haben wir Kohle? Ja, wir haben viel Kohle Wow Blätter Wasser Und Fisch So Jetzt haben wir keine Kohle mehr Haben wir davon noch Kohle? Nein Spiegel Können wir auch nicht machen Weil wir keine Kohle haben Salat können wir bauen Äh, bauen Also Craften So Ich werde mal wieder ein bisschen was essen gehen So Kriegt hier ein bisschen was Tanzenapfen Leg euch noch dahin Zack So Jetzt beschwert euch nicht Das möchte ich aber hier nicht zu haben Ich möchte den Boden anders haben Ich habe den Timer nicht richtig angemacht Toll Da muss ich die alles aufklicken So So Nein Ernst Ich wollte gerade sagen Ein Buch Ein Jagdbuch Fett Können wir einen unserer Jäger ausrüsten Kletterer Magier Jäger So Da ist es Was mal Achso Du musst vielleicht mal hier so das aufmachen Kann man da durchgehen Aber da durchgehen Neul, als Hinweis Muss natürlich nicht Ist nur so Gut gemeint Ein gut gemeinter Rat So So Hallo 26 kommt vor Ich weiß Entspann dich Ups Entschuldigung So Zack Genau Schön darin So Die großen Rückwecke Sind fertig Das heißt Er kriegt ein Er kriegt ein Und er kriegt auch ein So Wir kommen gut voran Finde ich geil Macht Spaß Wir haben uns wieder echt eine ganze Menge geschafft Schmied Da bin ich echt stolz drauf Ich finde das hier Ich finde das hier zwar uncool mit dem Boden Aber das kann man dann zum Glück ändern So Wie groß haben wir das hier? Ich würde sagen Dann machen wir mal bis Genau bis hier Erstmal bis hier Wir haben ein bisschen Platz dann Wir brauchen gar nicht so viel Platz im Endeffekt Wir machen schon mehr als wir brauchen Ah das ist schon okay Wir können auch so ein riesiges Ding machen Dann bräuchte ich mir nur eine Etage erstmal Würde eigentlich auch schon erstmal reichen oder? Wenn ich jetzt ja mal alles voll mache Ja So Machen wir erstmal nur eine Etage draus Und dann reicht es erstmal vollkommen aus Das heißt Können wir hier nicht in den Betten und in den Tisch noch was Hinten dann bunt Genau Weniger drei voll Tische Dann drei voll Betten Und so Ja das ist fett So So will ich das sehen Arbeitet meine Zwerge, arbeitet So Jetzt die Überlegung Wie groß ist das hier? Eins, zwei, drei Eins, zwei, drei Dann wäre jetzt hier noch ein Viertel Das wäre dann die Denkst du wie heißt? Die Decke Naja das kann so bleiben Äh die Sammlern Nebenbei noch ein bisschen Holz Habe ich gehört Ja Oh ja Dann machen wir hier mal ein bisschen Holz hin Dann bretter man nicht So Außerdem müsst ihr euch da mal wieder Ein bisschen was zu essen kümmern langsam Das heißt wir mal ein bisschen langsamer Einmal das Huhn klatschen Das Schwein klatschen Die Bären holen Hier kann man eben an der Angeln gehen Hier das Wildschwein Die Bären Das Hühnchen Ach die Schnecke Komm Die beiden Hühnchen hier auch Das ist aber erstmal nur eins Das da Das war ich auch So Das war ich auch Das war ich auch Das war ich auch Ja Ja Das war ich auch Ich noch nie Das war ich auch 떠 Ich Shit Was Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Geh hier weg von meinem... Aua. Es tut ihm auch weh. Das ist richtig gut gemacht hier, also... Genau. Mal mit ihm zusammen drauf. Wunderbar. Der joggt ja hier ganz schön rum, ne? Gut. Das Bäumchen. Äh... So. Jetzt passt das wieder. Da, da, da. Klasse. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Jetzt ist Stein. So. So. Dann geht das auch. Essen habt ihr wieder genug hier rumliegen. Und neue Bretter können gemacht werden. Dann reiht doch erstmal am Bretter. Für die Rucksäcke. Und die Großen. Yeah. Ja. Keine oben im Schrein... Ey, jetzt, weißt du, jetzt wo ich hier zwei Schreinerdinge habe, ist keiner oben. Das ist unglaublich. Mann, 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 Mann. Na gut. Äh... Was ist das jetzt hier wieder? Ja, das ist schon mal nicht okay hier, ne? Ja, nicht jetzt. Geil. Komm, bauen wir den Dreck eben ab. Ah, hat sie da ne Schnecke reingebackt, ey? Ich glaub' das nicht. Könnt ihr mal die Schnecke da rausnehmen, bitte? Jetzt... Wär's schon geil. Hallo? Schnecke? Jetzt? Nimm doch die Schnecke raus. Nimm doch die Schnecke raus. Hol doch die Schnecke da raus. Gut, dann eben nicht. Dann machen wir das Hesse in der nächsten Folge. Tschüss. Ich bin beleidigt. Haut rein. Tschödelü